Mann! Nein! Ich hab gefettfingert! Die Boxer-Sommer-Aktion ab dem 10.07. auf www.scheißboxer.shop Wähle zwischen drei Bundles und spare richtig viel Geld. Nur solange der Vorrat reicht. Ey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Freunde, heute gibt es wie immer eine Folge Brawl Stars! Was geht ab meine Freunde? Oh mein Gott! Leute, heute wird's richtig krass, denn wir werden gleich in Brawl Stars gehen. Ich hab gerade schon gesehen, dass Paula online ist und sie wird mit mir spielen. Das haben wir gerade schon abgeklärt, Leute. Es wird richtig nice. Deswegen lasst jetzt gerne schon mal einen fetten Daumen nach oben da. Kostenloses Abo und schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, sollen wir euch mehr Videos mit ihr drehen? Ja oder nein? Leute, denn es wird noch krasser, denn wir werden heute sie auch fragen, ob wir in den Club rein dürfen. Und sie wird darauf beantworten. Deswegen lasst gerne einen fetten Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, let's go, wir gehen rein. Let's go, Leute! Super Settat angenommen. Let's go, wir spielen jetzt mit Paula. Oh, wir müssen ganz schnell einen geilen Baller aussuchen. Zum Flexen. Wir nehmen Janett. Ich schreib mal High rein. Ich spiel mal einen meiner höchsten Baller. Jetzt ist die Frage, werden wir gewinnen? Ja oder nein? Okay, 6 von 6. Oh mein Gott. Oh, Junge, ich bin so am schwitzen. Ich weiß nicht, wer der andere da ist. Leute, ich muss jetzt gewinnen. Der Crush hat angenommen. Leute, ich darf nicht verlieren. Ich brauch Tipps von euch. Come on! Ach shit, ich spiel ja gar nicht mit Ember. Oh mein Gott, ich hab eben Ember gespielt, deswegen... Nein! Ey, du bist Supercell-Mitarbeiterin! Los, mach, dass die offline gehen, die Gegner oder so! Come on! Paula, du musst jetzt mal in Offline-D-Dossen oder so. Komm! Gib dir mal eine Wartungspause! Bitte! Wir müssen gewinnen! Ich hab die ganze Zeit eben Ember gespielt, Leute. Boah, ich bin so lost, ne? Oh mein Gott! Alten Grütze. Das Ding ist, die sind auch nicht gut, wirklich. Also, meine Mates. Doch, eigentlich schon. Paula ist schon nice, aber... Let's go! Come on! Ich... Ey, oh, ich hab... Nein, ich hab gedacht... Oh, ich muss da ein bisschen in den Crush beeindrucken. Nein! Nein! Leute! Ihr müsst mir unbedingt unten in die Kommentare schreiben. Wie kann ich Paula beeindrucken, Leute? Oh mein Gott! No way! Oh no! Oh mein Gott, was sie denkt von mir. Ich bin richtig schlecht. Oh nein, jetzt... Nein, sie hat Minos mit mir gemacht. Nein! Oh no! Minus 8, Alter! Warte, ich muss mal einen anderen Modus vorschlagen. Lass mal Ballball spielen. Ich nehm die Böcklerin. Oh yes! Sie hat Ballball genommen. Leute, wir nehmen jetzt die Böcklerin. Wenn die sieht, dass wir schlecht mit der Böck... Oh, Alter! Die hat ja auch schon den Fake-Skin. Holy Peter! Let's go! Da ist ein Böckler. Oh mein Gott, ich muss Starspieler werden. Ich muss sie beeindrucken. So, Freunde, und jetzt gibt's noch eine ganz, ganz kurze Werbesache. Denn, meine Freunde, ihr habt's wahrscheinlich schon mitbekommen, die Sommeraktion ist am Start. Wir haben drei unfassbar krasse Bundles für euch, Leute. Und zwar fangen wir mit dem kleinten Bundle an. Und zwar haben wir aktuell die Boxer-Drinks, ihr seht's gerade eingeblendet, Leute, mit einer Trinkflasche im Angebot für 34,90 Euro. Anstatt 54,90 Euro, Leute, richtig krass. Das ist das erste Bundle, Leute. Das zweite Bundle, das mittlere Bundle, seht ihr auch, gerade Junge, das ist unfassbar krank. Dieses Angebot hat einfach einen Wert von 139,90 Euro, Leute. Und ihr kriegt das für 54,90 Euro, meine Freunde. Das ist wirklich ein krasser Sale. Und zwar dort habt ihr richtig krass viele Boxer-Drinks, Leute. Ihr seht's gerade. Zwei Boxer-Drinkflaschen und eins von vier BXR-Closing-T-Shirts, Leute. Unsere eigene Mode-Brand. Die könnt ihr dann auch einfach selber auswählen, Leute. Und das dritte Bundle, Leute. Da haben wir auch eine richtig krasse Aktion für euch, Leute. Das Bundle kostet eigentlich 180,90 Euro. Und ihr kriegt das für 74,90 Euro, meine Freunde. Da habt ihr auch zweimal das fette Bundle. Ihr seht's gerade an Boxer-Drinks. Zwei verschiedene Geschmacks, die könnt ihr euch da aussuchen. Dann habt ihr einmal zwei Trinkflaschen, Leute. Ein Boxer-Rucksack und eins von vier T-Shirts, Leute. Ab 10.07. haben wir diese Aktion für euch, meine Freunde. Und natürlich nur, solange der Vorrat reicht. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Schöne mal, please, let's go. Nein, der hat mich geworfen. Ey, ganz ehrlich, Paula, du musst die Leute mal offline machen. Gebt ihr mal eine Wartungspause oder so. Ich wüsste gern, wer der andere ist. Der hat einfach schon, einfach schon den Fangskin gekriegt. Paula hat ihnen den geschenkt. Let's go, P-Bills. Nein, ich bin zu hoch, aber nicht lost. Total aufgeregt. Ah. Nein, wir müssen gewinnen. Let's go. Ey, Junge, das ist 22 Uhr. Wieso spielt ihr so spät? Oh, Brawl Stars. Nein, was mach ich da? Oh, sehr smart. Wichtig und richtig. Let's go. Ich muss Starspieler werden. Let's go. Leute, Kinder, ich schaff das. Für Brawl Stars. OMG. Let's go. Wenn ich jetzt ein Tor mache. Nein. Ich bin tot. Digga, ich bin absolut keine Rampensau in dem Spiel. Oh, ich bin schon. Junge, ich liege mir auf. Die denkt sich auch, was ist das für ein Loser? Nee, also so einen Freund suche ich mir nicht, wenn der nicht mal Brawl Stars spielen kann. Leute, let's go. Wir spielen hier mit der echten PDE-Paula von Supercell. Oh, der Böckler, der ist total. Junge, Böckler spielt auch nicht so gut, Mann. Jetzt machen die den Border gar nicht stark, wenn du die ganze Zeit alles tötest. Die denken doch, der ist richtig OP. Kein Wunder, dass er keinen Buff kriegt. Nein, ich hab gefettfingert. Nein, bin ich schlecht. Oh, mein Gott. Wie, über den Ball zu. Oh, mein Gott, was machst du, Kollege? Oh, nein. Zwei Games, zwei Losers. Ich schreib mal, sorry, my bad. Welchen Brawler nehme ich? Oh, lol. Paula schreibt, Leute. Okay, oh, that's nice. Wir machen mal ein Herz. Sie nimmt mal einen Brawler. Sie muss mal ihr Lieblings-Brawler nehmen. Welchen Brawler muss gebufft werden? Oh, die muss den Böckler mal höher spielen. Der Böckler ist es. Leute, wir nehmen jetzt den Böckler. Oh, der ist so hoch, dann verlieren wir wieder. Egal, wir nehmen unseren Böckler. Wir zeigen ihr, dass der Böckler der Beste ist. Und jetzt sagen wir ihr noch, dass wir den Elbraunen liegen. Let's go. Jetzt weiß sie, dass wir den Böckler lieben. Let's go. Abfahrt. Jetzt müssen wir richtig performen. Wir müssen jetzt performen. Wir sind Boxer-Army, Leute. Alle mal jetzt einen Einzel-Chat. Ich meine, ihr wisst schon, was ich meine. Let's go. Wir zeigen, dass wir ein richtiger Böckler sind. Oh nein, so zeigt man nicht, dass man ein Böckler ist. Let's go. Party-Piepils. Abfahrt. Nein. Ich bin tot. Und. Loll. Pony, was machst du da? Hä? Kurz mal auf Seite genommen. Und. Nein. Mann. Paula lockt sich ein und hat eine gute Zeit. Let's go. Und da macht sie das Tor. Pam. Nein. Nein. Ich bin tot. Digga, aber mal ganz ehrlich. Wieso pickt man auf der Map Döner-Mike? Hä? Wir haben verloren? Ich muss mal niedriger. Boah, das ist ja peinlich, ey. Wir verlieren jedes Spiel. Nimm Shelly. Wer ist das denn zum Teufel? Hat die Platz frei in ihrem Club? Oh. Lol. Can you please inf? Wir fragen gleich mal, ob wir im Club joinen können. Wie formuliere ich das kurz? Ich muss kurz Übersetzer machen. Warte mal. Wen spiele ich da? Oh, ich nehme mal Bies Honig. Leute, wir fragen sich gleich, ob ich in der Club joinen kann. Oh mein, jetzt habe ich auch noch den Honig platzen lassen, ey. Ganz ehrlich, wir haben drei Spiele in Folge verloren. Dass die noch Bock hat, mit uns zu spielen. Jeder andere Spieler hätte schon lange gelieft. Jetzt muss ich mal abliefern. Mann. Jetzt reicht es mir. Dass die Spieler mich so schlecht aussehen lassen. Die Gegner haben mich so schlecht aussehen lassen. Spielen hier mit Supercell höchstpersönlich. Jeder von denen kriegt Gratisgeschenke nicht mehr. Ey, ich bin so schlecht. Wenn die das sieht, die sieht es ja gerade. Die wird sich denken, oh mein Gott, ist das ein Loser, ey. Ist das ein Loser? Leute, alle unten in den Kommentaren. Liefer ich gerade ab, ja oder nein? Ich bin total bad gerade. Oh, Junge, ey. Oh nein. Yes, wir haben gewonnen. Ich frage jetzt, ob ich in den Club rein kann, Leute. Nein, nein, nein. Ich habe mich verschrieben. Can I go to... Ich habe sie gefragt. Bitte lasst sie nicht lieben. Ich muss meinen Club rausgehen. Soll ich mich einladen, bitte? Ist es voll? Hä? Oh, scheiße, Leute. Wer ist das eigentlich? Der ist jetzt offline gegangen, vor dem. Okay, Leute. Oh mein Gott, Leute. Das war ja richtig krass. Oh shit, wir haben uns echt blamiert, muss ich sagen. Das war echt so schlecht, ey. Wirklich. Digga, schreibt mal unten in die Kommentare, wie soll ich das jetzt wieder gut machen. Ich brauche echt eure Hilfe. Ich hoffe, dieses Video hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und ja, checkt gerne meinen Zweitkel ab, OG Marvin. Ich würde sagen, das war's. Danke schön, Leute. Ciao, groß und ciao, bitte. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.